In Österreich kennen wir den sogenannten Altlastensanierungsbeitrag. Der dient, wie der Name schon sagt, dazu zur Sanierung von Altlasten, also alten Industriestandorten beispielsweise, beizutragen. Wie das mit dem Altlastensanierungsbeitrag genau funktioniert, wollen wir uns in dieser Folge von 3 Minuten Umwelt recht näher anschauen. Grüß Gott, mein Name ist Peter Sander von der Rechtsanwaltskanzlei Niederhoher und Partner mit Sitz in Wien, Salzburg und Graz. Der Altlastensanierungsbeitrag ist eine Abgabe, so weit, so gut. Geregelt ist der Altlastensanierungsbeitrag oder auch kurz ALSAK im Altlastensanierungsgesetz oder auch kurz dem ALSAK. Im ALSAK, also dem Gesetz, gibt es mehrere Tatbestände. Wenn die erfüllt sind, dann muss der, der den Tatbestand erfüllt, auch den entsprechenden Beitrag, die entsprechende Abgabe leisten. Zum Beispiel für das Deponieren von Abfällen oder für das Einsetzen von Abfällen in Hochöfen oder aber auch, wenn die Abfälle außerhalb des österreichischen Bundesgebietes zu einer der tatbestandsmäßigen Tätigkeiten geführt wird. Und genau diese Sachverhalte mit Auslandsbezug haben in den letzten Jahren schon mehrfach die österreichischen Höchstgerichte beschäftigt. Warum? Das ALSAK unterwirft das Befördern von Abfällen zu einer an sich im Inland beitragspflichtigen Tätigkeit ins Ausland, dem Altlastensanierungsbeitrag, und regelt gleichzeitig in § 4 des Gesetzes, wer Beitragsschuldner ist. Das ist zum Ersten einmal der, der die Tätigkeit setzt oder der Betreiber der Anlage, der die Abfälle deponiert oder der, der, das ist jetzt für die Verbringung von Abfällen über die Grenze wieder spannend, die Tätigkeit veranlasst oder aber auch duldet. Und genau damit hat sich das Höchstgericht schon mehrfach auseinanderzusetzen gehabt, weil gar nicht so einfach ist herauszufinden, wer denn überhaupt derjenige ist, der diese Tätigkeit duldet oder veranlasst. Ist das der Transporteur? Ist das derjenige, der ein allfälliges Notifizierungsverfahren durchführt? Ist das vielleicht der Betreiber einer Anlage, die im Ausland liegt, wenn letzter Fall eintritt, dann haben wir einen Abgabenpflichtigen, der allerdings nicht österreichischer Staatsbürger oder österreichisches Unternehmen ist und gar nicht Abgaben zahlen kann, Mangels Doppelbesteuerungsübereinkommen.